Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 24.900 US-Dollar. Kleine Korrektur gab es, trotzdem die Zahlen stimmen weiterhin positiv. Welche Level wir jetzt auf jeden Fall im Auge behalten können und ob wir möglicherweise sogar noch einen noch größeren Pump sehen, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinkommt. Dort poste ich momentan sehr, sehr viele Updates, auch Trades. Hier nochmal der Hinweis, der DAX-Trade, den habe ich heute im Laufe des Tages geschlossen, habe ich auch in der Telegram-Gruppe announced. Ordentlich Profite mit dem gemacht und die nächsten Trades warten auf jeden Fall. Also join da gerne rein, Link unten wie immer in der Videobeschreibung. Und für alle Neuen hier, heute Abend wie immer um 19 Uhr, Livestream auf diesem Kanal. Gut, und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Momentan traden wir bei ungefähr 24.900 US-Dollar. Wir haben nochmal einen bullischen Impuls bekommen. Das lag vor allem daran, da muss ich jetzt erstmal ganz kurz aktualisieren, damit wir das sehen, die Erzeugerpreise sind etwas gesunken. Oder was heißt etwas? Die sind deutlich nach unten hin gesunken. Sehr, sehr bullisch auf jeden Fall für uns. Weil natürlich das auch wieder so ein bisschen inflationshemmend ist. Und ja, man sieht es hier, 0,4 waren prognostiziert und die Erzeugerpreise sind überhaupt nicht, sage ich mal, gestiegen. Also sehr, sehr gut. Auch die Kernrate deutlich nach unten hingegangen. Also alles bullisch. Deswegen der Markt erst einmal minimal nochmal ein bisschen nach unten hingezuckt, aber an sich weiterhin positiv gestimmt. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Stunden? Also ich kann mir weiterhin, wir haben zwar hier das FIP-Level gezogen, aber das können wir ganz ehrlich erst einmal so weglassen. Also danach würde ich jetzt erstmal nicht gehen. Darauf kommt es mir jetzt auch gerade gar nicht so an, sondern auf ein anderes Level. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir haben eine Menge Liquidität hier oben in dem Bereich der 26.400 US-Dollar. Das ist dieser Bereich, wo eine Menge Short-Volumen rangekommen ist, wo wir die Ineffizienzen gefüllt haben. Wir haben aber hier bei den 26.700 US-Dollar in den kleineren Timeframes nochmal so eine Mini-Ineffizienz. Das heißt, wir müssen, also ich gehe stark davon aus, dass wir auf jeden Fall noch die 26k holen. Eventuell heute, vielleicht erst morgen, aber ich gehe davon aus, dass wir uns die erst einmal holen. Und dann wird es hier oben eben drauf ankommen. Schließen wir hier drüber über den 26.400. Dann sehe ich das Bullish, kriegen wir nun WIC in die Region um 26.800 rum und schließen dann drunter. Dann ist es Barish, oder was heißt Barish? Dann kann ich mir sehr, sehr gut einen Rücksetzer hier runter bis 22.600. Oder 21.800 US-Dollar vorstellen. Warum? Hier ziehen wir auch mal ganz kurz das Fit-Level von unserem Pump-Beginn, sage ich mal, bis zu unserem jetzigen High. Wie gesagt, das muss dann immer ein bisschen angepasst werden, je nachdem, ob wir dieses Level rausgenommen haben. Und da seht ihr auch unten bei den 22.200 bis 21.900. Dort liegt unser Golden Pocket nach jetzigem Stand. Kann sich natürlich mit einem Higher High nochmal minimal verschieben, aber ihr wisst so grob, auf welche Range ich hier unten eben raus möchte. Einerseits, um die Voids zu füllen, vor allem dieses Prekäre hier in diesem Bereich zwischen 22.600 und 23.700. Das finde ich deutlich sinnvoller zu füllen als die da drunter, weil da unten war jetzt nicht so viel. Klar, wir haben hier Pump-Volumen. Das finde ich jetzt aber nicht so essentiell, dass wir das unbedingt füllen müssen bei ungefähr 20K. Aber diese 21, 22, 23K in dieser Range zwischen 0.5 und 0.65er Fibonacci Retracement Level, das würde ich im Auge behalten. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem spannenderen Part, denn wir machen mal ganz kurz das Fib-Level weg und auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, huch, das wollte ich nicht, wie hoch kann uns dieser Pump eigentlich führen? Es geht gerade schon wieder so ein bisschen rum, okay, durch irgendwelche Pump-Gruppen und so, ZZ will den Pump kaufen, weil die eine Milliarde US-Dollar, die er umswitchen wollte von diesem Fonds, sind noch nicht investiert. Das heißt, wir haben auch hier noch ordentlich Pump-Potenzial. Also das auch mal noch an Seite, aber wohin kann uns jetzt der Pump führen, um jetzt immer auf den Punkt zu kommen? Dafür ziehen wir einfach mal das Fib von unserem letzten High bei 25.2 bis zum Korrektur-Level. Und dann habe ich ja auch schon in den Icon-Videos gesagt, orientiert euch immer mal ein bisschen so nach den Leveln 1.618, 2.618 und 3.618. Vor allem das 3.618 könnte dann wirklich erst einmal das Top sein vor einer größeren Korrektur. Und was hier auffällt, wir haben hier die ersten Zonen, wo ich jetzt eben gerade schon angesprochen habe, diese 26.8 rum, wo die Ineffizienz liegt, liegt das 1.272 Fib-Level. Das wäre so momentan so ein bisschen mein Korrektur-Level, wo man in den Short reingehen könnte, um möglicherweise eben die Korrektur bis 23k mitzunehmen. Interessanterweise ist aber hier das 1.618 mit den 28.755, was auch wiederum mit einer Ineffizienz übereinstimmt. Also ihr seht, da ist eine Menge Potenzial hier in diesem Bereich vorzustoßen. Und wenn wir die ganze Sache noch mal ein bisschen nach oben ziehen, seht ihr auch, okay, 3.618 bei 40k, 2.618 bei dem 34k. Und dafür blicken wir jetzt mal ganz kurz auf den Daily-Time-Film. Da seht ihr auch, auch hier perfekte Übereinkunft mit einerseits hier dieser Ineffizienz bei dem 2.618 und natürlich auch mit diesem letzten Top, was wir hier oben gebildet haben, mit dem 3.618. Also ganz ehrlich, gehen wir danach, sind 40k nicht ausgeschlossen. Aber dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Klar, Clickbait und so muss ein bisschen sein. Rechtfertige ich mich jetzt auch hier ein bisschen. Es ist möglich, dass wir hier sogar Richtung 40k kommen, aber wir haben immer noch eine fette Mauer hier oben davor bei eben 30 bis 32k, die uns davor noch hindert. Aber sollte die brechen, dann bin ich aber endlos bullisch. Und das habe ich schon mal gesagt, 32, 33k, das ist der Bereich, den ich nachhaltig durchbrochen haben möchte, um hier wirklich bullisch zu sein. So, um jetzt, wenn wir jetzt eh schon beim Daily Close sind, würde ich gerne nochmal rüber auf den Binance-Chart rüber gucken, weil da ist noch so eine kleine, die Sache, die mir noch nicht so wirklich gefällt und das ist der Daily Close. Wir haben hier uns gestern ordentlich Liquidität getankt und sind nicht über dieses Hoch bei den 25.300 US-Dollar gekommen. Das ist so, ja, das ist so ein Punkt, der mir noch nicht ganz gefällt. Das kann sich natürlich heute in Luft auflösen, aber das ist so ein Punkt, darauf mal bitte achten, wo unser Daily Close heute ist und vor allem der Weekly Close, darauf wird das auch ankommen. Das nur mal so kleine By-the-Way-Sache, wo mich ein bisschen bearish stimmt, aber noch ist nicht alles verloren. Weekly Close ist ja noch nicht. Gut, dann blicken wir rüber zu Ethereum. Hier hätte ich mir gestern wieder in den Arsch beißen können. Das habe ich, glaube ich, auch schon in der Telegram-Gruppe announced. Wie oft oder wie lange, sage ich euch schon, die 1760 hier oben, die Ineffizienz wäre geil zu shorten. Volumen hat gepasst, alles hat gepasst und ich habe es nicht im Blick gehabt. Ich hoffe, irgendjemand da draußen hat es mitgenommen und hat diesen Dump hier oder diese kleine Korrektur mitgenommen. Ich hoffe es für euch. Weil momentan jetzt, nach jetzigem Stand, würde ich hier erst einmal nicht shorten. Wir haben hier zwar auch noch einige Level, vor allem die 1600 bis 1565er Marke, die hier für in vier Stunden die Mahnzone steht. Wir können uns auch hier mal ganz kurz das Fit-Level von der ganzen Aufwärtsbewegung ziehen. Da kommt auch sehr, sehr viel Confluence eben in diesem Bereich. Das wäre so das Korrektur-Level, wo ich Long switchen würde. Wieder. Aber Short, nach jetzigem Stand, würde ich hier auf gar keinen Fall gehen. Und mehr brauchen wir zu Ethereum. Eigentlich auch nicht zu sagen, Ethereum läuft ein bisschen anders noch als Bitcoin. Also gefällt mir Chart-Technisch einfach nicht so Bombe. Sollten wir hier oben einen Doppeltop reinkriegen nochmal, weil hier auch schon ein bisschen noch Volumen eben reinliegt, gilt es auch hier. Schließen wir drüber, über diesen 1780, dann Bullish und dann können wir auch noch Richtung 1880. Und was man dazu auch noch sagen muss, ihr seht schon hier, diese gelbe Linie ist unser Downtrend. Wir konsolidieren da drunter. Normalerweise ist so eine Konsolidierung unter so einem Downtrend nicht wirklich bearish. Deswegen vorsichtig sein mit Shorts, eher nach Longs Ausschau halten. Sollte ich da irgendwelche Updates geben, werde ich euch das auf jeden Fall in die Telegram-Gruppe reinposten. Gut, dann würde ich sagen, noch ganz kurz zu den News rüber, die ich noch nicht aktualisiert habe, weil ihr kennt mich ja. Wie soll es auch anders sein? Binance News, Unternehmen setzt Einzahlung und Auszahlung in diesem Land aus. Es handelt sich hier um den Empfund für Kunden im Vereinigten Königreich aussetzen. Natürlich war Russland, glaube ich, auch mittlerweile schon im Gespräch. Aber Wayne interessiert es. Lest euch den Artikel gerne durch. Also es ist schon ein interessanter Artikel. Ich meine das jetzt auf mit Zahlungen aussetzen. Das größere Problem, was da draußen wartet, sind eher die ganzen Banken, die momentan immer, immer mehr ins Minus da unten rausgehen. Also viele Bankenaktien wurden sogar schon gestoppt zu traden, weil sie 8% im Minus waren. Stellt euch das vor, vorhin hat es Dinge reingeschrieben. Jetzt liegt mir wieder auf der Zunge. Egal, ihr wisst, wen ich meine. Hat es in die Gruppe geschrieben. Stellt euch vor, dass wir bei Krypto so 8% und der Handel wird ausgesetzt. Dann versuchen wir hier Trade zu setzen. Das ist tagtäglich, gang und gäbe und bei Aktien wird so ein Schiss draus gemacht. Aber gut, was will man machen? Ich würde sagen, wir hören uns heute Abend zu unserem Livestream wieder. Freue mich auf jeden Fall drauf, auch auf eure Altcoin-Wünsche. Link werde ich euch später in die Telegram-Gruppe posten. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wie gesagt, 40k sind möglich, aber überhypt das Ganze noch nicht. Lasst euch nicht hier in FOMO kicken oder sonstiges. Es werden immer wieder Einstiege kommen. Und deswegen waren das gute Schlussworte. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto und natürlich Like und Abo dalassen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.